Willkommen zu Monis magischen Adventszeit und Türchen Nummer 6. Erstmal Happy Nikolaustag. Ich stehe jetzt hier in der Liberty Arcade. Wenn ihr in den Park reinkommt, ist sie auf der linken Seite. Und warum heißt sie Liberty Arcade? Hier hinter mir seht ihr schon die Freiheitsstatue. Die wurde ja von den Franzosen an die Amerikaner geschenkt. Frederic Bartoldi war der Designer und wenn wir gleich reingehen, hört ihr sogar die Menschen da drinnen über den Designer sprechen. Wusstet ihr bereits, dass die Liberty Arcade nach der Freiheitsstatue Lady of Liberty benannt wurde? Das war's. Das war's. Super, n'est-ce pas ? Bien entendu. Faut dire que c'est un travail tout à fait surprenant. Mais à vous, sans le soutien technique de M. Le Pen, la base des statues attiendra certainement votre bourre. Messieurs, messieurs, je vous en prie un peu d'intivité. N'oubliez pas que nous sommes ici pour représenter la France. Mme, je vous en prie. Sous-titrage ST' 501